Herzlich Willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 Jahreszeiten. Ja, im letzten Part waren wir noch bei Fiona und Steffen und Tobias zu Hause, also unserem alten zu Hause und haben da einen wirklich schönen, wunderbaren, tollen Sommertag verbracht, sind schwimmen gewesen, haben gequatscht, haben leckere, gegrillte Früchte gegessen, die Kids haben was zusammen an dem Bautisch gebaut, ja, wir haben getanzt, haben damit noch die Stereoanlage kaputt gemacht bei denen, ja und überhaupt, also wir hatten unseren Spaß, für so einen heißen Tag war das genau das richtige Grundstück, weil wir haben ja hier noch nichts, wir haben ja noch nicht einmal ein Planschbecken, das müssen wir bei Gelegenheit jetzt mal holen, wenn es denn bei uns auch mal schön warm wird. Ja, dann sind wir nach Hause, der Ehemann kam auch und da hat schon wieder was verputzelt. Meine ganze Deko wird hier gekillt! Blöde Gewitter! Manu, hab schon alles, was nötig ist, runtergeräumt. Ja, Donika, die ja nie müde wird, ist jetzt gerade dabei, wieder was für die Tierarztpraxis herzustellen. Ja, und alle anderen haben wir schlafen gelegt. Knuffi geht's hoffentlich ganz gut, er hat auf jeden Fall was zu essen gekriegt. Ich weiß nicht, was er jetzt noch braucht, eventuell. Er ist auch ein bisschen nervös gewesen wegen dem Gewitter und ja, aber ansonsten scheint es ihm, glaube ich, ganz gut zu gehen, hoffe ich doch. Und wir, da würde ich sagen, lassen einfach mal da, schon wieder kaputt. Die schöne Deko, auch kaputt. Ich muss irgendwie gucken, dass ich unten den Keller vergrößer, dass wir wenigstens noch das Schachspiel unten hin tun können. Ansonsten geht uns hier langsam aber sicher alles kaputt. Ja, vielleicht können wir das gerade mal machen, das ist eine Idee. Weil ich habe nicht das Geld verdient, damit wir jetzt andauernd neu kaufen müssen, weil hier dieses blöde Gewitter wütet. So, passe mal auf. Machen wir dich einfach mal eins, zwei größer. Ja, 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 gut, okay, ähm, ja, oder, nee, warte mal, mach mal rückgängig, rückgängig. Ähm, das ist schon okay, so wie es ist, aber, ähm, das hat ja alles mit unserem Architektenzeug zu tun. Hier haben wir noch eine Station, ja, die können wir auch eigentlich da ruhig drin lassen, das ist jetzt nicht so tragisch. Ich würde doch eher noch, ähm, Zimmerchen anbauen, erst mal. Ähm, hier, Wände. Gib mir doch mal eine Wand, bitte. Ähm, so, gib mir einfach eine Wand her. Eins, zwei, drei, vier. Mal gucken. Und eins, zwei, drei, vier müsste erst mal genügen, ne? Ja, sitzen. Wie gesagt, das kann man alles irgendwann nochmal richtig schön ausbauen, machen, tun. So, gibt es denn noch eine Tür dafür? Ich hätte gerne noch eine Türe. Irgendwas billiges, mir jetzt egal was. Ähm, 50. Ach ja, die ist hübsch. Die ist aber, ähm, bisschen, ja, hm. Kindertür? Was kosten die normalen Türen? Die kosten 100! Oh, dann nehmen wir natürlich eine billigere. Küchentür? Mhm. Oder du hast einen an der Latte. Ja, eine neue Tür! Die aus dem Adon. Cool. Ähm, die würde doch eigentlich ganz gut da reinpassen, oder? So, oder nicht? Oder die? Nee. Mhm, 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 ginge auch, ginge auch, ginge eigentlich ganz gut hier rein. Komm, nimm die, die passt da einigermaßen. So, oder so, nee, da nicht. Ah, die da rein, sagt, passt da. Und dann hätte ich gerne, äh, lalalala, von oben, wie gesagt, ähm, ja, also anstreichen. Anstreichen und Boden machen wir ein andermal. Ja, sonst, ihr wisst, dann sitze ich fünf Jahre da dran und, äh, wir wollen ja spielen. Aber so können wir schon mal das, äh, ähm, Schachspiel hier reintun. Stellen wir es einfach mal so frech da mitten rein. So, gut. Das ist schon mal gerettet. Mhm. So retten wir die Sachen. Wir bringen sie einfach eine Etage tiefer. So, und da die anderen alle am Schlafen sind, werde ich jetzt mal hier ein bisschen spulen. Boah. Mann, der splitzt und donnert hier aber auch ohne Unterlass. Das ist ja grauenhaft. Himmel, ich hab Angst. Wo ist Knuffi? Knuffi, du bist nicht draußen, ne? Also nicht, dass du hier irgendwo rumgeisterst. Geh rein. Leg dich, leg dich hin. Nicht, dass du hier noch vom Blitz getroffen wirst. Wundert mich, dass die Sachen hier vorne noch so schön stehen. Hm. Hm. So, weiter geht's. Wir spulen wieder ein bisschen. Komm, leg dich einfach hin. Guck mal, da ist so ein schönes, äh, Plätzchen, wo du dich hinlegen kannst. Hm. Macht aber nicht. Ah, und schon wieder ein Blitz. Ja, er hat Angst, glaube ich, ne? Oder? Alles gut? Können wir dich beruhigen oder so? Keine Ahnung. Hm. Ihm geht's, glaube ich, nicht so super gut. Pass auf, nächsten Tag nehme ich dich mit in die Praxis. Da geht's dann wieder, hoffe ich mal. Hm. Na, sonst scheint das hier keine große Auswirkung auf die Tiere zu haben. So, wir haben gleich wieder Aufstehzeit. Ähm, ja. Gut, gucken wir, können wir nochmal ein bisschen spulen. Und dann sollten wir langsam schauen, dass alle wach werden. Oh Mann, dieses Wetter wird hier aber auch nicht besser, ne? Es ist warm, hat starken Regen und Gewitter. Äh, als würde ich das hier nicht mitkriegen, ne? Äh, äh. Was ein Glück haben wir alles soweit in Sicherheit gebracht. Unsere Vogelscheuche steht da halt. Wenn die abfackelt, ist es aber auch nicht schön. So, mal gucken, wer ist denn schon wach? Nein, du brauchst noch ein bisschen Schlaf. Du brauchst noch ein bisschen Schlaf. Und du? Mann, die schlafen heute aber alle ein bisschen lang. Hm, na gut. Dann spulen wir noch ein bisschen. Ja, Hund, ich komm gleich. Ich bin gleich bei dir, Knuffel. Lass mich das da noch machen. Hm. Aha. Irgendwer hat geschrien. Ich hab irgendwas gehört eben. Wer hat eben da Hoa gemacht? Keine Ahnung. Okay. Okay, keiner. Er lacht im Schlaf. Ey, das ist der Hammer. Ja. Und du kriegst sofort Streicheleinheiten und alles. Ja, ist gut. Dann mal streicheln. Und ein bisschen balgen. Und ein bisschen umarmen. Ja. Alles Schönes, ne? So, bist du jetzt mal fertig? Du musst auf Toilette, Mädel. Dann steh doch mal auf und geh auf Toilette. Ist ja gleich wieder Zeit für die Schule. Geh mal verwenden, ja. Äh, Entschuldigung, Jonas. Hab ich dich als Mädel abgedingst? So, du stehst jetzt bitte auf und gehst auf Toilette. Sie kann eine Kleinigkeit essen, wenn sie wach wird. Ein paar Cerealien oder sowas. Hier. So. Und du? Machst du jetzt, was ich dir gesagt habe mit deinem Mund? Ja. Knuffi? Oh, draußen im Regen. Natürlich. Müsst ihr denn immer im Regen rumrennen, ihr zwei? Pass bloß auf, dass sich der Blitz nicht trifft. Ich hab Angst um dich. Wenn du da im Regen rummachst. Weißt du, drinnen ist es viel angenehmer, Knuffi. Warum müsste ich jetzt mit dir rausrennen? Hm. Spazieren gehen wir später. Vielleicht haben wir Glück und kriegen noch ein besseres Wetter dafür. Okay? So, du bist fit und alles. Wunderbar. Gut. Musst du noch irgendwas machen? Äh, du wolltest Emotionstränke herstellen. Genau. Warte mal. Gibt's das nicht hier? Genau, wir haben's doch. Jawohl. Dann geh du doch mal, ähm, Trankbrauen, Emotionstrank, ähm. Ähm, das wird da mal vorwärts kommen. Und du bist inspiriert, meine Süße. Das ist auch schön. Wenn du gegessen hast, was brauchst du noch? Ähm, insgesamt fünf Stunden Instrument spielen. Hast du überhaupt schon ein Instrument? Ich weiß es nicht. Und alle Bildtypen auf dem Kreativtisch zeichnen und Level 10 erreichen. Äh, hast du eine Geige? Ich weiß gerade gar nichts mehr. Nee, da ist keine. Ich glaube, die Geige hatte ich noch gar nicht gekauft, oder? Wir waren ja die ganze Zeit mit dem Geld so knapp. Hm. Oh, du könntest eine Sommerbastelarbeit herstellen. Oder dann Feiertagsbasteln. Wow, ich find das immer so schön. Na gut, wir fangen mal oben an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sie hat dann alles. Und da kann sie dann direkt erstmal loslegen. Dann mach das. Und du, äh, nein, nicht am Puppen-Dings-Spiel. Du kannst dir auch mal eine Kleinigkeit nehmen. Ähm, eine schnelle Mahlzeit. Ja, in der Stunde ist schon, ähm, Dings angesagt. Schule, genau. So, Stefan darf ausschlafen. Der hat frei heute, genau. Mhm. Sehr fein. So, ich hoffe, ihr macht jetzt alle das, was ich euch gesagt hab. Ja, genau. Zeig mal, wie du hier schön deine Sachen machst. Wah! Jag dich bitte nicht in die Luft. Jonas, bitte nicht in die Luft jagen. Das soll ein schöner Emotionstrank werden. Kein, äh, Experiment mit Hausabwackeln. So. Iiiiih, guck mal. Knuffi hat ein, 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 ähm, hinterlassen. Ein Häufchen. Wie, du bist schon fertig? Halt, warte. Ähm, Moment. Moment. Was, wad, 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 wad. Hast du schon deinen zweiten? Ja, tatsächlich. Gut. Ähm, warte mal, wie viel Uhr ist? Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Ähm, die ideale Stimmung für die Schule ist konzentriert. Weißt du, ne? Kannst du mal schnell hier unten, ähm, Aktionen überdenken? Lass mal deine Mama in Ruhe. Die hat nämlich was ganz anderes zu tun. Ne, die will auch nicht an den komischen Tisch. Die will bitte mal das Häufchen hier, ähm, hoch eben. Ja. Pfui. Junge, geh, mach mal. Äh, nicht während dem Essen. Pfui. Ist ja eklig. Ist ja eklig. Ja, Level 10 der, wow. Der Kreativität erreicht. Unsere Steffi hat's geschafft. So, was haben wir denn hier? Einsame Pause. Ach so. In der letzten Pause wollte niemand mit mir spielen. Ich bin allein rumgeklettert. Was, wenn das nochmal passiert, was soll ich dann tun? Frage andere Kinder, ob du mitmachen darfst. Sprich mit dem Lehrer, ne? Das ist ja totaler Schwachsinn. Oder spiele einfach, äh, alleine. Ähm. Ja, also ich würde eigentlich eher sagen, geh zu den anderen und frage, ob du mitmachen darfst. Du bist doch offen und alles, du kannst das machen. So, jetzt ist leider die emotionale Kontrolle runtergegangen und die Konfliktlösung gestiegen. Okay, gut. Wie auch immer, ich muss ja nicht alles kapieren. Ganz ernsthaft, ne? Hast du jetzt das Ding aufgehoben? Würdest du dir vielleicht mal die Finger waschen? Das ist ja so eklig. Wasch dir mal die Hände jetzt, nachdem du das Häufchen angefasst hast. Mann. Mädel, du machst mich grad kirre. Stell mal das Ding ab, putz dir die Finger und dann kannst du weiter essen. Hä? Wir fassen doch kein Häufchen an und essen dann mit den... Ne, da fällt mir nichts dazu ein, Leute. Ehrlich nicht. So, du bist da am Machen. Genau, mach das noch und dann geht's auch ab in die Schule. Wenn du dann konzentriert bist und du musst auch in die Schule. Habst du noch das Bild fertig zu zeichnen? Meine Süße. Ja, das sieht gut aus. Ich glaub, das wird noch fertig. Hoffe ich doch. So, was macht denn der Herr Papa? Der schläft immer noch. Gott, oh Gott. Wie lange schläfst du denn, Junge? Hm. So. Und du musst dann erstmal wieder alle Hausfrauentätigkeiten ausüben. Och, und Knuffi ist schon wieder gelb umrandet. Hey, du bist ja gar nicht konzentriert geworden, oder doch? Das sieht man vielleicht nur nicht. Jonas ist zur Schule. Sehr schön. Und dann bitte fleißig lernen. Unsere Kleine geht auch in die Schule. Gott, ich muss mich an die neuen Frisuren gewöhnen. Ernsthaft jetzt. Mhm. So, Steffi ist auch in der Schule. Bitte fleißig lernen. So, du räumst mal den Müll weg. Genau. Gute Idee. Was für einen Müll räumst du? Ach, und der Herr Papa ist auch endlich wach. Schön. Was hast du vor? Zusehen oder was? Tier beobachten. Ist das gegen Anspannung gut? Ja. Das machst du fein. Du kannst auch einfach mal, ähm, ihn streicheln. Und dich über Probleme beschweren. Da hat Knuffi gar nichts dagegen. Entspannen. Ja, entspannt euch mal. Wie auch immer das aussieht. Keine Ahnung. Macht mal. Hab ich nichts dagegen. Und, oah, Regenschirm kaputt. Ach stimmt, da war ja mal was. Komm, tut doch mal das Ding hier. Hier weg. Äh, wegwerfen, ja. Mädel, was machst du? Heiliger Bimmam. Die sind ja alle ein bisschen gaga. Die Jahreszeiten sorgen echt dafür, dass man gaga im Kopf wird. So. Hm. Und wie sieht das jetzt mit dem Entspannen aus? Weiß ich nicht. So, bitte mal aufwischen. Aufwischen. Ähm, genau. Und dann musst du auch aufräumen. Ja. So. Mal gucken, wie das jetzt aussieht, wenn er sich da entspannt. Oh, nö, er geht an den PC. Langweilig. Ist ja echt langweilig, Junge. Äh. Mädel, geh rein. Ja. Lauf rein. Es ist nass draußen. Das haben wir doch festgestellt, oder? Ja. So, was musst du noch für die Karriere machen? Wenn du schon am PC sitzt, dann mach doch was Gescheites. Äh, warte, 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 warte. Stopp. Du musst noch Logik auf 10 kriegen und Charisma auf 8. Ach, guck. Und du musst noch romantisch sein. Hm. Okay. Pass mal auf, dann würde ich aber vorschlagen, du isst hier nochmal was. Oder haben wir, warte mal, äh, öffnen. Da müsste doch ein Lunchpaket drin sein. Das ist gut. Das ist noch 5 Tage. Das packst du dir ein. Oder das kannst du, kannst du jetzt essen, kannst du auspacken, kannst du futtern. Das hat deine Frau gestern für dich gemacht. Und dann würde ich sagen, gehen wir aber echt mal endlich in die Tierpraxis. Tierarztpraxis. Hm. Jetzt ist sie schon wieder angespannt. Boah, schön. Und du machst, und Ordnung, ne? Genau, du machst erst mal Ordnung. Oh, Posterwettbewerb. Ach herrje. Stefanie ist total aufgeregt, ihr Delfinposter abzugeben. Zeichnungen, Fotos, lustige Fakten. Alles ist vorhanden. Doch die anderen Stellen stehen alle um ein anderes Kind mit einem Poster herum, das in silbernen Farben glänzt. Stefanie könnte behaupten, sie hätte ihr Poster vergessen und in der Pause weiter daran arbeiten. Hm. Ja, Steffi, unsere kleine kreative Maus, der könnte sich das zutrauen, dass sie sagt, oh nee, das will ich auch nochmal drüber arbeiten. Ne? Ja, wir verbessern das mal. Mal gucken, was passiert. Ähm, so, was haben wir denn? Stefanie versteckt das Poster im Flur. In der Pause zieht sie los, um es mit silberner Farbe zu verzieren. Doch es ist nicht mehr da. Mist. Jetzt muss Stefanie noch einmal ganz von vorne anfangen. Außerdem erhält sie Minuspunkte für die Verspätung. Oh, Pech gehabt. Da hast du aber jetzt echt Pech gehabt. So, ähm, bitte einmal füllen. Ja, und ich hab irgendein Düdülüdül gehört. Och, ist doch gut. Alles gut, alles gut. Alles gut. Lass ich mich beruhigen? Nö. Okay, dann gehen wir mal, ähm, nochmal auf Toilette hier. Oh, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher mit allem. Es ist grausam. Es ist einfach grausam, ja. Man hat für nichts mehr Zeit gefühlt. So. Du isst schön, ne? Ja. Aha. Schön aufessen. Ah, guckt der Spülmaschine zu. Das ist okay. Ihr könnt euch auch gerne unterhalten, ne? Kennenlernen. Und mal miteinander quatschen. Es ist ein Tier, mit dem kannst du reden, hab ich mal gesehen. Vielleicht bringt das ja auch was mit Charisma. Also du hättest eigentlich dann... Okay. Ähm. Äh. Ne, 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 ne. Wohin du auch immer willst, tu das weglegen da. Oh, die Post, die Post ist da. Hilfe. Hilfe, da kommen bestimmt jetzt gerade die nächsten Rechnungen. Äh. Äh. Mal gucken. Was sagt's denn? Oh, ne. Wir bekommen Post. Donika kann sich das nicht leisten. 3.215 Simoleons. Äh. Ja. Hm. Okay. Ja, wir haben schon wieder Schulden. Deswegen, wir müssen dringend in die Tierarztpraxis. Das geht so nicht. Kriegst du sonst noch was am Post, oder warst du es dann? Hm. Hm. Noch irgendeine Post da drin? Zum Rausholen oder nur die Rechnung? Äh. Alles aus dem Briefkasten geholt. Zeig mal. Ist noch was drin gewesen? Irgendwas Interessantes? Oh, gucke mal deine schönen Sachen. Du hast doch noch was in deinem Inventar. Aber keine Blumen. Das war das Problem. Achso, wir haben sogar noch so ein Ding. Ach, das ist das Reisebett. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich muss erst mal gucken, was wir jetzt hier alles haben. Karotten haben wir. Wäschehaufen. Warum hast du Wäschehaufen im Inventar? Hm. Ich weiß es nicht, warum wir das haben. Okay, es landet wieder im Inventar. Auch gut. Ja, wir haben alles mögliche. Wir haben Früchte und das ist die Rechnung. Ja, gut, das war es dann auch schon. Mist auch. Ehrlich, Mist. Jetzt hast du irgendwie schon wieder Hunger oder was? Ähm, so, wartet mal kurz. Ich muss mal was nachprüfen. Ähm, 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 ähm. Ja, meine Zeit ist eh um. Gut, dann machen wir es so. Ich belasse jetzt hier die Pause mit unserer armen Donika, die da mit ihrem Regenschirmchen steht und sich über die Rechnung ärgert. Hm, ja, das ist völlig doof. Aber im nächsten Part werden wir dann auch direkten Weges in die Tierarztpraxis abdüsen und gucken, dass wir da ein bisschen Geld verdient bekommen, unsere leckeren Leckereien verkauft kriegen und, und, und. Ein paar nette Tieren helfen. Und, ja, und mal gucken. Vielleicht kann, äh, unser Stefan ja dann auch später mal noch was mit seinen, ähm, Schreinerfähigkeiten machen oder, äh, mal wieder was authentifizieren und verkaufen und keine Ahnung. Müssen wir mal schauen, ne? Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.